U20 WM Halbfinale, Ukraine gegen Italien, Italien Favorit, Ukraine gewinnt. Zum Spielverlauf, 1-0 Ukraine, Rot-Ukraine und dann im Endeffekt war nichts mehr. In der regulären Spielzeit sind es 90 Minuten. Zu den Statistiken, Ukraine hat 14 Schüsse, Italien nur 9, Ukraine hat 3 aufs Tor und Italien nur 1. Aber Ballbesitz, weil ich jetzt erstaunlich finde, Italien hat 62% und die Ukraine nur 38. Also die Ukraine hat mit wenig Ball ein Tor gemacht und viele Schüsse kreiert, währenddessen die Italiener mit viel Ball wenig Schüsse kreiert haben und nur eine Richtung Tor gebracht haben. Bitte natürlich für die Italiener, aber ich gönne es der Ukraine, damit ist die Ukraine im Finale und Italien in Spielung Platz 3. Wer noch ins Finale kommt, sehen wir nachher Ecuador oder Südkorea.